Was ist denn eine grüne Hauptstadt? Wem gehört der öffentliche Raum? Was heißt Klimaschutz für die Stadt? Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück. Wir haben Antworten. Auch für viel befahrene Straßen wie die Danziger Straße. Statt Benzin und Smog lieber Bäume und Luft. Statt Hupen und Staus lieber Fahrräder klingeln. Statt Vorbeihasten lieber genießen. Und lieber Mobilität der Zukunft statt einer Stadt für Autos. Eine Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, damit ein gutes Leben auch mit viel Verkehr in Berlin möglich wird. Geht das? Klar geht das. Jetzt Grün wählen für Berlin.